Sneakers statt Springerstiefel. Wieso sind Nazis heute so schwer zu erkennen? Wenn mich jemand fragt, wie ein Nazi aussieht, denke ich eigentlich immer noch gleich an Skinheads. Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel. Aber so einfach ist das nicht mehr. Heute sehen Nazis anders aus. Ihr Aussehen ist unauffälliger geworden. Sie geben sich hip, sportlich und stylisch. Ganz anders als die Skinheads von gestern. Trotzdem gibt es Marken, Symbole und Codes, an denen wir sie erkennen können. So gibt es Modelabels, die von Nazis für Nazis sind. Master Race, Ensga Arian, Eric & Sons und Constable zum Beispiel. Aber sie tragen auch Marken, die gar nichts mit der rechten Szene zu tun haben. Wie diese Tonschuhe der Marke New Balance. Sehr gerne beziehen sie sich in ihrer Bildsprache auch auf den Nationalsozialismus und die germanische Mythologie. Und was die ganze Sache heute am schwierigsten macht? Viele Symbole und Aussagen sind verschlüsselt. So sollen nur Eingeweihte verstehen, was gemeint ist. Die Weiße Faust zum Beispiel benutzen Nazis als Symbol für die vermeintliche Überlegenheit der weißen Rasse. Beliebt sind auch Zahlencodes. So können sie Aussagen machen, die in Deutschland eigentlich verboten sind. Schlimm genug, dass die beiden hier schon so schwer zu erkennen sind. Aber leider sind sie nicht allein. Viele, die das gleiche Weltbild vertreten, sehen völlig normal aus. Also, egal ob Springerstiefel, Sneakers oder Anzug. Schau genau hin. Werde aktiv gegen Neonazis, Rassismus und Intoleranz. Untertitelung des ZDF, 2020